Das Gehirn sozusagen verändern auf eine neue Zukunft, ja? Polen, programmieren. Dein Gehirn ist ja wie eine Festplatte, wo ganz, ganz viele Dinge gespeichert sind. Da sind Synapsen sozusagen verknüpft. Das kannst du dir vorstellen wie so Trampelfade, die du immer wieder gehst. Also immer wieder willst du anfangen, setzt dich an den Schreibtisch, fängst an, irgendwas im Konzept zu schreiben und dann setzt du doch nicht um. Dann fängst du doch nicht an. Du weißt eigentlich wie, aber fängst nicht an. Startup Schule. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Startup Schule Podcast Folge. Heute eine Solo-Folge und wenn du diese Folge hörst, bin ich gerade mit meinen drei Mädels, drei Teilnehmerinnen auf der Project Me Reise in Österreich am Krallerhof. Wahrscheinlich hast du es mitbekommen. Ich weiß es nicht. Ich sage es einfach nochmal. Ich habe etwas ins Leben gerufen, das sich Project Me nennt. Das heißt, sich selbst sozusagen zum Projekt zu erklären, warum, um eine Identität zu kreieren, einen neuen Seinszustand sozusagen, der dafür sorgt, dass du deine Ziele auch wirklich erreichst. Denn voll oft setzen wir uns Ziele, die riesig groß sind, haben Vision, aber können sich wirklich da reinfühlen und können auch nicht die dementsprechenden Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster entwickeln. A, weil es uns nie jemand gezeigt hat, wie es geht und weil vieles unterbewusst auch abläuft und B, weil wir meistens das so alleine zu Hause, das ist wie im normalen Projekt, ja, weil wir es zu Hause im stillen Kämmerlein alleine meistens nicht durchziehen, ja, weil dann der innere Schweinehund da ist oder aber wir wollen, sind nicht mutig genug, wollen uns das alleine nicht anschauen. Und was ich jetzt mit den Mädels mache auf der Reise ist wirklich, wir gucken uns deren aktuelles Ich an, das ist das sogenannte alte Ich und kreieren ein neues Ich, ein neues Ich mit neuen Gefühls-, Denk- und Handlungsmustern, ja, einer neuen Energie, einer Energie, die ihre Zukunftsvision auch matcht, ja, also die wirklich dafür sorgt, dass sie ihre Ziele erreichen, dass sie das in ihr Leben ziehen, was sie auch wirklich sich für sich vorgestellt haben. Und das kann eben sein, dass das eine ganz neue Vision ist, ja, etwas, wovon sie vorher, wovon sie sich nie getraut haben, daran zu glauben, ja, und sich vielleicht auch einfach noch nicht, ja, ich sag mal, auch Kompromisse vielleicht eingegangen sind, sich selbst limitiert haben, sich nicht getraut haben, das auszusprechen und auch wirklich mal aufzuschreiben. All das machen wir, ich bin, du merkst, ich bin Feuer und Flamme, ich finde das so toll und das ist natürlich etwas, das habe ich schon ganz häufig gesagt, etwas, das sich nicht von heute auf morgen entwickelt, nicht wie so ein Zauber auf einmal irgendwie das neue Ich da ist und auch nicht durch einmalig Meditation, ich stelle mir das vor und fühle mich rein. Nein, die meisten gehen nix, ja, übrigens nicht mal sich da richtig reinzufühlen in diese Zukunftsvision, sondern das ist etwas, das starten wir jetzt auf der Reise und das darf sich in dem Alltag entwickeln, das ist genau ein Prozess und da machen wir einen Plan auf der Reise, einen Plan, der dafür sorgt, dass die Mädels die neuen Denkverhaltens- und Gefühlsmuster auch wirklich im Alltag umsetzen und ja, sich da manchmal auch einfach rauszoomen, ich sage ja immer so schön Disconnect to Reconnect, sich rauszoomen und gucken, bin ich da noch on track, bin ich da noch auf dem Weg in meine Zukunft oder auf dem Weg in diese Zukunft, die das Zukunfts-Ich lebt sozusagen, genau. Und warum erzähle ich jetzt so viel darüber? Da es in dieser Folge um Limitationen geht, also um das, was dich vielleicht gerade noch abhält, davon deine Business-Ziele zu erreichen oder aber dein Business aufzubauen oder überhaupt mal loszugehen und ich möchte in dieser Folge, dass wir alle mitmachen, also dass du wirklich dir eine Limitation jetzt mal rauskreist, also schreib dir mal auf, was wünschst du dir denn eigentlich, sei da konkret, mach es wirklich großbund schön, mach es ganz spezifisch, sag, was du für ein Projekt umsetzen möchtest oder aber vielleicht auch, was für ein Ziel du bis Ende des Jahres erreicht haben möchtest, also mach es wirklich spezifisch und konkret und dann guck doch mal, frag dich doch mal, was hat mich denn bisher davon abgehalten? Und da auch wieder ehrlich sein, was war die Limitation, die ich bisher hatte? Genau, und das ist heute Sinn der Folge, das ist der Call to Action sozusagen, dass du endlich rausgehst mit all dem. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du irgendwas im Business erreichen möchtest, dass du ja sagst, du möchtest jetzt aktiv werden, möchtest jetzt angehen dein Produkt, deine Dienstleistung an den Start bringen und da ist irgendwas, was dich noch abhält, ja, dann sei ehrlich mit dir und schreib dir hier auf, was hat mich bisher davon abgehalten? Mich hat abgehalten die Angst davor zu scheitern, mich hat abgehalten meine Großmutter, die immer sagt, Selbstständigkeit bedeutet selbst und ständig oder beziehungsweise der Glaubenssatz, ne? Das ist ja das, wir haben ja immer die eigene Verantwortung, aber da hat das mal jemand zu dir gesagt und du hast das für dich integriert, das heißt, der Glaubenssatz hat dich abgehalten. Vielleicht weißt du aber auch nicht wie, ja? Und jetzt gibt es zwei Sachen, die du tun kannst. Einmal, und das wird jetzt deine Aufgabe in den nächsten Wochen, als Gewohnheit etwas zu etablieren, ein Commitment zu machen mit dir selber und dir zu sagen, oder meine Frage an dich an dieser Stelle, was bist du bereit zu tun, um dieses Ziel zu erreichen? Und wenn das so etwas ist, wie wenn du zum Beispiel die Fähigkeit hast, also du weißt, was zu tun ist, das ist nicht die Ressource, die du brauchst, du weißt, was zu tun ist, aber du tust es nicht. Das heißt, das kann etwas sein, dass du da einfach eine Blockade hast, einen Glaubenssatz, eine Angst. Und jetzt frag dich, was bist du bereit zu tun, um dieses Ziel zu erreichen? Bist du bereit, diese Angst anzugehen? Bist du bereit, den Schritt aus der Komfortzone zu gehen? Und wenn du sagst, oh mein Gott, yes, das bin ich, auf jeden Fall, dann schreib dir dieses Commitment auf und dann such dir deine Ressourcen. Also, was braucht es denn jetzt, damit du aktiv wirst? Gibt es da irgendwas, was dir helfen kann, diesen Glaubenssatz zu überwinden? Hast du Menschen, mit denen du darüber sprechen kannst? Kannst du einfach mal, das ist ja auch immer so leicht gesagt, kannst du einfach mal machen, um zu sehen, dass dieser Glaubenssatz völliger Humbug ist sozusagen, dass der völliger Blödsinn ist? Das ist natürlich möglich, wenn die Angst nicht zu groß ist, ja? Also, wenn da jetzt wirklich ganz tiefsitzende, ganz unterbewusst sitzende Ängste sind oder so, dann würde ich wirklich eine Arbeit empfehlen. Zum Beispiel machen wir das in der Startup-Class ganz viel. Wenn da tiefer etwas sitzt oder in meiner Next-Level-Class, da gehen wir dann rein, da coache ich dann richtig, ne? Also, das ist auch eine Ressource, dir einen Coach zu nehmen. Im Übrigen, die Startup-Class, ganz kurz, ich droppe das mal eben hier, die Startup-Class geht in die nächste Runde ab Oktober und du kannst uns super gerne eine Mail schreiben, wenn du dabei sein willst. Einfach info at startup-schule.com Dann wird sich jemand aus meinem Team bei dir melden, dir noch weitere Infos geben und dann machen wir einen Call, dann kannst du mit mir sprechen und dann gucken wir mal, ob du da richtig bist in der Startup-Class, ja? Durchstarterinnen und Durchstarter. Die aber auch, das heißt nicht, dass du nicht auch Ängste haben darfst, denn die hat hier jeder, die hat jeder, ja? Und da gehen wir rein. Das heißt, auch ein Coach ist eine Ressource. Es kann sein, dass du sagst, okay, was bin ich bereit zu tun? Ich bin bereit, loszugehen und was kann mir dann dabei helfen? Das wäre sowas zum Beispiel. Du kannst natürlich auch und das ist etwas, wo ich sage, das geht tiefer, ne? Diese, was ich auch mit dem Project Me mache, wirklich die, das nennt sich Neuroplastizität, das Gehirn sozusagen verändern auf eine neue Zukunft, ja? Polen, programmieren. Dein Gehirn ist ja wie eine Festplatte, wo ganz, ganz viele Dinge gespeichert sind. Da sind Synapsen sozusagen verknüpft. Das kannst du dir vorstellen wie so Trampelfade, die du immer wieder gehst. Also immer wieder willst du anfangen, setz dich an den Schreibtisch, fängst an, irgendwas zum Konzept zu schreiben und dann setzt du doch nicht um. Dann fängst du doch nicht an. Du weißt eigentlich wie, aber fängst nicht an. Warum? Weil deine Synapsen verknüpft sind, die dann das Gefühl, den Gedanken, oh Gott, ich kann das nicht und das ist gefährlich. Dann reagiert dein Körper, der ist ja auch konditioniert seit keine Ahnung wie viel Jahren, wie alt auch immer du jetzt bist und schüttet dann Gefühle aus. Und hier ist es super, super wichtig, diesen Kreislauf nicht in Gang zu setzen. Und das kann eine Gewohnheit werden. Das heißt zum Beispiel, wenn du merkst, das geht los, dass du anfängst, diese Verbindung zu lösen. Da gibt es verschiedenste Techniken. Auch das mache ich viel in meinen Coachings. Es gibt zum Beispiel, also was ich super gerne mache, ist Meditation auch für mich. Das mache ich immer gleich morgens. Das heißt, dass du quasi Meditation, dass du deine Gedanken so ruhig kriegst, dass keine, diese sogenannten Filter dann nicht mehr da drauf liegen. Wenn du über irgendwas nachdenkst, zum Beispiel, du könntest jetzt rausgehen, da bietet jemand die Möglichkeit an, zum Beispiel dich zu präsentieren irgendwo. Was passiert dann? Dann geht der Filter an, oh Gott, sich vor Menschen zu stellen, mich selbst zu präsentieren, vielleicht meinen Elevator-Pitch zu machen. Das bedeutet Gefahr. Das ist ja etwas, was für dich in deinem Gehirn quasi assoziiert ist, mit dem sich vor Menschen stellen. Warum Gefahr? Weil du könntest ja, die könntest ja ausgeschlossen werden, wenn du dein Gesicht verlierst. Und dann passiert folgendes, du machst es zum Beispiel nicht. Du lässt dich abhalten und sagst, nee, nee, lieber nicht, möchte ich nicht machen. Und das wollen wir ja verändern. Und das kannst du verändern. Zum Beispiel mache ich das in der Meditation, dass ich so ruhig werde, so ins Hier und Jetzt komme, dass nichts mehr, dass diese quasi diese Filter einfach wegfallen und ich dann frage, soll ich das machen? Ja, nein. Und dann sehe ich ganz klar, okay, wer bin ich eigentlich, ohne diese ganzen Filter da drauf, ohne diese Glaubenssätze, ohne diese Ängste. Und dann kommen bei mir total viele Antworten. Du kannst aber auch was machen, wie zum Beispiel künstlich Rapid Eye Movement zu erzeugen. Ja, aber das geht jetzt so weit, da kann ich eine ganze Podcast-Folge wahrscheinlich mitfüllen. In jedem Fall möchte ich dich dazu anhalten, dir dann Ressourcen zu suchen. Und lass uns, ich weiß, Podcast-Hörerinnen und Hörer sind immer ziemlich ruhig, aber lass uns doch mal in den Austausch gehen. Wenn du sagst, hey, das hört sich alles so interessant an und anscheinend ist das ja zu lösen, meine Angst, meine Limitation, die mich die ganze Zeit davon abhält, loszugehen, dann lass uns austauschen. Ja, ich bin da total offen für und ich mache das mit meinen Coaching-Klienten sehr, sehr viel, weil ich selber all diese Limitationen hatte und überwunden habe. Das ist möglich. Und das kann einfach verschiedenste Gründe haben. Das kann auch auf verschiedenste Weise deswegen gelöst werden. Du darfst das für dich herausfinden, was es ist oder auch gerne mit einem Coach zusammen. Ich hatte zum Beispiel letztens auch mit einer Coaching-Klientin, das war super spannend. Sie hat auch mal wieder gesagt, sie hat so das Problem rauszugehen, sich zu zeigen und dann fängt sie doch immer wieder was Neues an und lässt das, was sie macht, bleiben. Und dann haben wir herausgefunden, dass sie einfach nicht gerne im Mittelpunkt steht. Sie sagt, das war für sie irgendwie irgendwann in der Kindheit, wir sind dann in die Kindheit gegangen, irgendwann in der Kindheit hat irgendwie mal jemand zu ihr gesagt, das ist blöd, im Mittelpunkt zu stehen oder du stehst immer so im Mittelpunkt und sie konnte eigentlich gar nichts dafür. Aber das hat sich so festgesetzt, dass sie das immer versucht zu vermeiden. Und wenn du aber mit deinem Business rausgehst, ja, dann ziehst du Aufmerksamkeit auf dich. Das ist normal. Das heißt, das darf sie lernen und das ist etwas, sie hat diese Durchsetzung, das Durchsetzungsvermögen nicht so, kann nicht richtig rausgehen. Warum? Weil sie selber auch, wenn das dann rausgefunden, nicht stolz auf sich sein kann. Ihr fällt das total schwer, stolz auf sich zu sein, weil sie Angst hat, dann überheblich zu wirken oder sich in den Mittelpunkt zu drängen. Und das ist total wichtig, das aufzulösen. Ganz wichtig. Also sie hat verschiedenste Ressourcen von mir in die Hand bekommen und ich freue mich dann immer so zu sehen, wie das alles funktioniert. Wir sind schon echt verdammt spannende und ja auch faszinierende Wesen. Tatsächlich, das sind wir. Und dass wir manchmal so durch so, also manchmal sind es wirklich auch kleine Stellschrauben, die es zu drehen gilt. Nochmal zusammengefasst, deine Aufgabe ist es jetzt, zu gucken, beobachte dich in der nächsten Woche. Einfach mal schauen, wenn du etwas beschlossen hast, eine Entscheidung getroffen hast, etwas umzusetzen, etwas zu tun, etwas zu machen. Du machst es aber nicht. Du merkst, irgendwie kommt da ein komisches Gefühl auf. Dann frag dich, okay, was hat mich denn jetzt bisher davon abgehalten, das zu tun? Oder was hält mich gerade davon ab? Alles notieren. Und dann guckst du, bist du denn bereit, was dafür zu tun, dein Ziel zu erreichen? Was bist du bereit zu tun? Und wenn du bereit bist, das anzugehen, dann such dir deine Ressourcen. Also guck mal, was kannst du denn jetzt machen? Und wie gesagt, Project Me Mentoring, also ich kann dir jetzt nur sagen, was ich anbiete. Es gibt auch tausend andere Anbieter auf dem Markt, die auch geile Sachen machen, in die Richtung, so Limitationen auflösen, in die richtige Richtung gehen. Aber ich kann dir nur sagen, dass ich aus meinen Erfahrungen oder in den letzten Jahren ein super geile Resultat kreiert habe, meine Coaching-Klienten rausgehen und wenn du magst, dann komm doch auf mich zu. Es gibt das Project Me, wo wir wirklich an deiner Identität arbeiten, aber auch an deinem Herzensweg. Also auch erstmal ein Status Quo-Check machen. Was ist denn das, was du dir wünschst? Und dann gucken, okay, wer darf ich werden oder darfst du werden? Welche Verhaltensgefühls- und Denkmuster darfst du entwickeln? Welche Gewohnheiten, um diese Ziele auch zu erreichen, im Business oder was auch immer. Und dann gibt es natürlich noch die Startup-Class, wo wir dann wirklich auch richtig in die Umsetzung kommen, wo du den Plan von mir in die Hand kriegst, wie du von deiner Idee, von dem, was du im Kopf hast, also für dein Business, wie du das umsetzen kannst, auf die Straße bringen kannst und damit durchstarten kannst. Genau. Also, du hast eine Aufgabe von mir. Ich freue mich tatsächlich sehr, wenn du mir einfach mal schreibst. Lass mir auch gerne eine Bewertung da, hier auf iTunes. Und wenn du magst, dann schreib mir auch auf Instagram. Ich schreibe jedem auf Instagram persönlich zurück. Und vielleicht nicht sofort, aber ich tue das. Und ich mag das sehr gerne, mit Menschen in Austausch zu sein. Weil die Menschen, die Lust haben und mutig sind, loszugehen, loszugehen. Alles, alles Liebe. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. The best is yet to come. Deine Nathalie. Schatz. Deine Nathalie. Deine Nathalie. Untertitelung des ZDF, 2020